Hey, herzlich willkommen zu Family Time. Schön, dass du dich reingeschalten hast. Ich bin diese Woche auf einen Artikel gestoßen, den Alex Stone, ein amerikanischer Journalist, geschrieben hat, der in der New York Times abgedruckt wurde. Ich fand mich mega spannend und sehr interessant. Und zwar schreibt er über den Flughafen in Houston, wo es vor einigen Jahren viele Beschwerden darüber gab, dass Passagiere zu lange am Gepäckband auf ihr Gepäck warten mussten. So, daraufhin hat sich der Flughafenbetreiber natürlich bemüht, das Gepäck schneller zum Gepäckband zu bringen, hat neue Mitarbeiter eingestellt, hat es auch geschafft, hat acht Minuten durchschnittliche Zeit hinbekommen, was wohl im internationalen Vergleich ein sehr, sehr guter Wert ist. Interessanterweise haben die Beschwerden daraufhin nicht abgenommen, sondern waren einfach unverändert weiterhin da, worauf sich der Betreiber nochmal intensiver mit der Frage auseinandergesetzt hat, nochmal ein paar Untersuchungen angestellt hat und man hat festgestellt, dass signifikant auffällig war, dass die Passagiere nur eine Minute vom Flugzeug zum Gepäckband brauchten, zu Fuß, dann aber am Gepäckband die restlichen sieben Minuten einfach warten mussten, tatenlos, bis das Gepäck da war. Und das hat immer geändert. Man hat angefangen, die Gepäckbänder und die Flugzeuge, oder die Gates, wo die Flugzeuge ankommen, weiter auseinanderzulegen, sodass die Passagiere längere Fußwege zurücklegen mussten und dadurch mehr Zeit, der acht Minuten, bis das Gepäck beim Gepäckband war, verbraucht war. Was dazu führte, dass oft das Gepäck schon da war, bevor die Passagiere am Gepäckband ankamen. Und siehe da, auf einmal waren alle happy, die Beschwerden sind zurückgegangen und die einzige Umstellung war, nicht dass das Gepäck schneller zum Gepäckband kam, sondern die Passagiere langsamer. Daraufhin hat Alex Stone, Richard Larson, einen führenden Experten auf dem Gebiet Warten und Wartezeiten interviewt, gesagt, was passiert da psychologisch in unserem Kopf, dass wir das so anders interpretieren. Und Richard Larson sagt, der entscheidende Faktor ist nicht, wie lange du wartest, sondern was du tust, während du wartest. Und da habe ich drüber nachgedacht. Der entscheidende Faktor ist nicht, wie lange du wartest, sondern was du tust, während du wartest. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige von euch im Moment auch auf irgendetwas warten. Manche warten auf die Öffnung der Schulen oder der Kitas. Andere warten auf die Öffnung der Gastronomie oder der Tourismusbranche. Andere warten auf den Ehepartner, auf Kinderglück, auf die Rente, auf einen Bescheid, eine Versöhnung. Es gibt viele Gründe, gute Gründe, warum wir warten können. Und gleichzeitig ist die Frage, wenn du schon warten musst, was tust du, während du wartest? Was ich festgestellt habe, ist, dass Menschen, die immer nur passiv warten, bis die Umstände sich ändern, oft sehr frustrierte Menschen sind. Wir warten, bis wir einen Partner gefunden haben. Dann warten wir, bis wir Kinder bekommen. Dann warten wir, bis die Kinder groß sind, bis sie in die Schule sind, bis sie aus der Schule sind. Wir warten, bis sie ausgezogen sind. Wir warten, bis das Häuschen abbezahlt ist. Wir warten, bis die Rente kommt. Es gibt immer irgendeinen Grund, warum wir noch nicht glücklich sein können, weil die Umstände sich noch irgendwie ändern müssten. Auch für euch gerade jetzt in der Corona-Zeit gibt es so viele Dinge, wo wir denken, wenn das und das und das anders wäre, dann könnte ich den Tag genießen oder besser nutzen. Meine Ermutigung an dich ist, warte nicht passiv, warte aktiv. Carbe diem, nutze den Tag oder genieße den Augenblick. War schon ein Spruch vor langer, langer Zeit. Seit David im Allentestament, der König schreibt im Psalm 118, Vers 24, Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Dieser Tag heute, der Tag morgen, ist ein Tag, den Gott gemacht hat, den Gott dir zur Verfügung stellt und ist deine Entscheidung, wie du diesen Tag nutzen möchtest. Ich lade dich ein, den Tag zu nutzen, aktiv zu nutzen, aktiv zu warten, wenn du warten musst, aktiv zu hoffen, aktiv sich zu freuen. Lass dich das Leben oder die Umstände dein Leben bestimmen, sondern bestimme du deine Umstände und dein Leben, so gut du es kannst. In diesem Sinne, warte bewusst, warte aktiv, mach das Beste draus. Gottes Segen.